Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe gesehen, es sind einige neue Abonnenten dazu gekommen. Das freut mich mega. Also ein liebes Hallo an euch alle. Ja, um nochmal kurz auf das Video bzw. die Folge von Inga Köntges einzugehen. Ähm, ich habe in dem Video oft gesagt Inga Köttgens, weil dieser Name so schwer aufzusprechen ist oder aufzusprechen war für mich, dass ich mich ständig ein bisschen in diesem Nachnamen vertan habe. Das tut mir schrecklich leid. Das hatten mir zwei, drei Leute auch geschrieben. Ist natürlich nicht mein Wille gewesen, das so falsch auszusprechen. Aber dieses Köntges war für mich irgendwie schwierig scheinbar. Ähm, und ich hatte dann auch in der Folge einmal gesagt, das Verbrechen wäre jetzt ja 22 Jahre her. Habe aber in der Folge auch von 21 Jahren gesprochen. Das Ganze ist natürlich 21 Jahre her. Es ist ja 2000 passiert. Also fast 22 Jahre nächstes Jahr dann. Das war irgendwie ein Fehler, der mir unterlaufen ist, der mir dann aber auch nicht aufgefallen ist, als ich die Aufnahme nochmal hörte. Also ein dickes Sorry dafür, das wollte ich nur nochmal kurz berichtigt haben. Ja, ich muss auch sagen, das Video von dem Verschwinden von Inga war mein bestes Video bisher, von den Aufrufen jetzt nach einer gewissen Zeit. Es wird mir ja immer in diesem YouTube-Studio angezeigt. Und ja, ich freue mich sehr, dass das Video scheinbar relativ gut angekommen ist, auch auf anderen Plattformen gut angekommen ist. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Ja, heute geht es um einen Vermisstenfall auch wieder. Um einen sehr, sehr traurigen Vermisstenfall, der jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte her ist. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann bleibt doch jetzt gleich einfach dran. Ich freue mich wie immer am Ende des Videos über Kommentare zum Fall. Ihr dürft mir auch gerne bei Instagram folgen, da veröffentliche ich meistens so ein, zwei Tage vorher schon, was für ein Fall erscheinen wird. Und natürlich auch gerne dürft ihr mich bei YouTube abonnieren oder auf den ganzen anderen Podcast-Portalen, wo ich mich so rumtreibe sozusagen. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir starten mit der Folge über das Verschwinden von Katrice Lee. Heute möchte ich mit euch über das Verschwinden von Katrice Lee aus Paderborn sprechen. Katrice Lee wurde am 28. November 1979 in Rindeln in einem Militärkrankenhaus geboren. Zusammen mit ihrer Familie lebte Katrice dann in Paderborn Schloss Neuhaus. Schloss Neuhaus ist ein Stadtteil von Paderborn. Eigentlich lebte ihre Familie in England, da ihr Vater aber als Sergeant der britischen Armee in Deutschland stationiert war, wohnte die Familie dann hier in Paderborn. Katrice, ein süßes, kleines Mädchen mit braunen Locken, wurde auch als aufgeweckt, lebenslustig beschrieben, ein Wunschkind. Auch ihre Schwester liebte Katrice über alles und sie hatten ein gutes und inniges Verhältnis. Am 28. November 1981 ist Katriss zweiter Geburtstag. Am Nachmittag ist deswegen sogar eine kleine Party geplant. Auch sind dafür sogar Tante und Onkel angereist. Nach dem Geburtstagsfrühstück beschlossen dann Katrice, ihre Mutter Sharon, Tante Wendy und Katriss Vater Richard Lee zusammen einzukaufen. Da es an diesem Tag aber sehr voll war, beschloss Richard, im Auto zu warten. Katriss Onkel und Schwester Natascha blieben zu Hause. Die Familie kaufte im Navy Shop ein. Dies war damals ein britischer Supermarkt hinter dem Weser Residenzschloss, wo überwiegend eigentlich nur britische Soldaten und deren Familien einkauften. Der Laden war auch hauptsächlich nur mit solchen Lebensmitteln ausgestattet. Es kam aber auch mal vor, dass dort auch andere Leute eingekauft haben. Mittlerweile gibt es diesen Laden nach meinen Infos allerdings nicht mehr. Der Navy Shop war an diesem Tag nur über den Hintereingang zu erreichen. Alle anderen Eingänge waren verschlossen. Es war dann an dem 28. November 1981 gegen 10.30 Uhr. Der Parkplatz sehr voll. Die Leaves kauften natürlich dann auch dort ein und standen an der vollen Kasse. In einem leichten Gedränge, bis Mama Sharon an der Kasse feststellt, dass sie die Chips vergessen hat. Also geht sie los, noch welche zu holen. Dann passt Tante Wendy an der Kasse auf Catrice auf, bis die kleine Catrice zu Tante Wendy sagt, dass sie gerne zu Mama laufen möchte. Tante Wendy denkt sich nicht viel dabei und lässt Catrice loslaufen. Mama Sharon kommt dann nach kurzer Zeit zurück und fragt sich, wo Catrice ist. Wendy antwortet, dass sie dachte, Catrice sei zu Sharon gelaufen. Sharon und Wendy suchen Catrice nun im gesamten Laden, rufen nach ihr, aber finden nichts. Niemals hätten sie geglaubt, in einem Supermarkt ihr Kind nicht wiederzufinden. Aufgeregt laufen sie an das Auto von Vater Richard und erzählen ihm, dass Catrice nicht im Laden zu finden war. Richard rast nun los nach Hause, um ein Foto von Catrice zu besorgen, damit man sie leichter finden kann. Auch ihre Schwester fährt nun mit, die zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt war. Als sie dort ihre Mutter Sharon trifft, sagt sie in einem späteren Interview, war ihr anhand der Reaktion ihrer Mutter klar, dass Catrice etwas zugestoßen sein muss. Schließlich war Mutter Sharon mehr als in Sorge um Catrice. Nach kurzer Zeit schalten sich die britische Militärpolizei und die deutsche Polizei ein. Catrice, die an diesem Tag einen türkisfarbenen Duffelcoat trug mit Pelzbesatz, roto Gummistiefel, eine weiße Polyesterbluse, einen grün-blau karierten Trägerrock und eine weiße Schrumpfhose anhatte, wird von nun an mit Hubschraubern und Hunden gesucht in der umliegenden Umgebung. Auch zieht die Polizei in Betracht, dass Catrice in den Fluss Lippe gefallen sein könne. Dieser ist 70 Meter vom Supermarkt entfernt gewesen. Taucher suchen den Lippelauf sowie den Lippesee ab, aber finden dort nichts. Für Catrices Vater war die Annahme des Wassers auch sehr unwahrscheinlich. Schließlich, sagt er, mochte Catrice kein Wasser, sie hat es sogar gehasst beim Baden zum Beispiel und wäre ohne ihre Eltern niemals nur in die Richtung des Wassers gelaufen. Oft wurden die Seen in der Umgebung nach Catrices Verschwinden untersucht. Gefunden hat man sie nicht, auch keine Kleidung oder Gegenstände von ihr, auf dem Parkplatz oder im Wasser. Die Lies gingen nach Catrices Verschwinden trotzdem oft zum See, um zu schauen, ob man doch etwas Beunruhigendes sehen könnte, was ihnen die quälende Ungewissheit, wo Catrice ist, beantworten könne. Die Theorie, dass Catrice in den Fluss gefallen sein könnte, ist sowieso etwas unwahrscheinlich. Catrice hätte dafür, als sie im Supermarkt weglief, einige Türen passieren müssen. An einer Losverkäuferin vorbei, die sich auch nicht mehr an Catrice erinnern kann, wenn sie denn überhaupt da langgelaufen ist. Über den ganzen an dem Tag sehr vollen Parkplatz und bis zum Wasser durch eine kleine Hecke hätte sie da noch gemusst, also sehr unwahrscheinlich mit zwei Jahren und dann von niemandem gesehen zu werden. Catrices Mutter Sharon ist sich sicher, dass sie den Job aber verlassen hat, aber nicht alleine. Sie glaubt, wie auch der Vater Richard, von Anfang an an eine Entführung von Catrice. Die Polizei teilt diese Meinung, denn der Täter hätte es vermutlich sehr leicht an diesem Tag gehabt, Catrice zu entführen. Eigentlich sollte man ja meinen, bei einem sehr vollen Supermarkt sollte das sich niemand trauen, aber die Polizei meint, dass wohl eher das Gegenteil der Fall ist. Da ja jeder so mit sich selbst beschäftigt ist, hat es vielleicht gerade deswegen niemand mitbekommen. Nach einigen Tagen Suche nach Catrice und zermürbenden Tagen für die Lees geht bei der Familie eine Zeugendurchsage ein. Acht Tage nach Catrice verschwinden. Eine Frau will ein kleines Mädchen zusammen mit einem Mann auf einem Spielplatz gesehen haben. Ob das wirklich Catrice war oder die Zeugin sich irrte, konnte niemals geklärt werden. Dann gab es zum Beispiel den Hinweis, dass sich jemand in Kempten mit Catrice aufgehalten haben soll beim Einkaufen. Aber auch dieser Hinweis war zu vage, man konnte ihm nicht nachgehen. Auch der Bundesgrenzschutz wurde allerdings erst nach 48 Stunden, also ganzen zwei Tagen eingeschaltet. In dieser Zeit hätte also jemand Catrice über die Grenze fahren können oder hat dies vielleicht sogar getan. Nur einer von vielen Fehlern, die Familie Lee der Polizei vorwirft. Zum Beispiel wurden die Angestellten des Navi-Shops erst sechs Wochen nach dem Verschwinden befragt. Das ist auch mir schleierhaft, wieso man gerade die Angestellten erst so viel später befragt hat. Diese hätten sich ja noch am ehesten Hinweise liefern können und das am besten noch am Tag des Verschwindens. Später fand man heraus, dass eine Kassiererin sogar erst 20 Jahre später befragt wurde. Angehörige, zum Beispiel vom Militär, die Besucher des Marktes dort, wurden gar nicht befragt. Dies hat die britische Militärpolizei leider auch versäumt. Damals kam aber wohl ein Hinweis zur Polizei, der nicht mal in der damaligen Sendung Aktenzeichen XY, wo ist mein Kind, im Jahr 2013 gezeigt wurde. Zeugen wollen einen Mann auf dem Parkplatz gesehen haben, der ein kleines Mädchen in eine grüne Limousine getragen hat. 2017 wurde erst ein Phantombild dieses Mannes veröffentlicht, aber auch diese Spur führte zu nichts. Allerdings fanden aufgrund dieser Spur, wenn wir jetzt schon mal kurz in das Jahr 2018 gehen, Grabungen statt, wofür Richard Lee, der mittlerweile wieder in England lebt, extra nach Deutschland gekommen ist. Es wurde das Flüsschen Alme durchsucht und die Grabungen fanden nahe der Bändler-Arena in Paderborn statt. Aber auch dort fand man nichts. Zeugen hatten nämlich damals ausgesagt, die grüne Limousine hätte dort in einer Brücke gestanden. Es hätte also damals sein können, dass Catrice dort versteckt wurde oder vielleicht in das Flüsschen geworfen wurde. Aber auch dies war eine kalte Spur, der auch viel zu lange nicht nachgegangen war. Wenn wir jetzt wieder zurück in die 80er Jahre gehen, gab es damals noch einen Postboten, der Catrice gesehen haben wollte. Dies war 1982, da lief ein kleines Mädchen ganz alleine in Osnabrück nahe einer Hauptstraße herum, ohne Eltern in Sichtweite. Der Postbote nahm das Kind auf den Arm und brachte es zur Polizei. Er war sich damals sicher, es sei Catrice. Das Kind war aber leider nicht Catrice und wurde später von ihrer Mutter abgeholt auf der Polizeidienststelle. Seit 1984, drei Jahre nach Catrice verschwinden, schließt die Polizei die Akten im Fall Catrice. Es gab keine neuen Hinweise mehr, obwohl meiner Ansicht nach manchen einfach keine Bedeutung beigemessen wurde. Zur damaligen Zeit zum Beispiel die Grabungen, die hätten sie auch damals machen können, die wurden so viel später jetzt erst gemacht. Und 1993 gehen übrigens Catrices Familie zurück nach England, jedoch getrennt. Der Verlust von Catrice nagte sehr an den Eltern und die Ehe brach deswegen auseinander. Die Familie wacht einfach aus diesem Albtraum nicht mehr auf, wie sie mal sagten. Und ja, demnach trennten sie sich dann wohl. 2000 übrigens wurde mal ein potenzieller Verdächtiger festgenommen. Es gibt aber nirgendwo irgendwie Infos darüber. Das war auch auf der deutschen Polizei. Es muss also auch keine heiße Spur gewesen sein. 2011 wird eine Facebook-Seite für das Verschwinden von Catrice erstellt, die ihre Schwester Natascha führt. Im Dezember 2011 kam dort eine Nachricht einer Frau namens Donna an. Sie kam aus einer Kleinstadt in England. Sie behauptete, die verschwundene Catrice-Lead zu sein. Man habe ihr erzählt, dass ihr Onkel sie von Deutschland mitgebracht hat, weil ihre echte Familie sie nicht mehr haben wollte. Das harte für die Familie. Donna war natürlich eine Lügnerin. Ein DNA-Test hatte das bestätigt, dass es sich nicht um Catrice handelte. Donna aber behauptete es weiter, beleidigt und bedrohte die Familie Lee sogar. Donna bekam dann irgendwann daraufhin eine Anzeige und eine Strafe von zwölf Wochen Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe. Auch 2019 wird eine Frau in England verurteilt, die dasselbe behauptete. Diese litt allerdings an einer Psychose. Für die Familie Lee natürlich immer sehr schwer zu ertragen, wenn solche, sag ich mal, Trittbrettfahrer auftauchen. 2012 dann werden die Ermittlungen im Fall von Catrice Lee wieder aufgenommen. Über Interpol wird in über 50 Ländern nach Catrice gesucht. Mit Age-Progressing-Fotos, sogenannten Alterungsfotos. Ich packe hier bei YouTube und auch bei Instagram mal mehrere davon hinein, aus den Jahren, die Catrice mit dem jeweiligen Alter beschreiben. Denn man ging davon aus, dass sie eventuell ja auch in einem Auto verschleppt wurde, da damals die A33 nicht weit entfernt vom Shop lag und dies somit gut möglich war. Leider hatte ich ja aber eben schon erwähnt, dass der Bundesgrenzschutz erst zwei Tage später eingeschaltet wurde. Erst 2012 übrigens entschuldigt sich die britische Polizei mal indirekt für ihre damals schlampige Ermittlungsarbeit im Falle Lee. 2013 bei Aktensechnix Y kommen leider auch keine entscheidenden Hinweise herein. In der Sendung damals ist ihr Vater aber nach wie vor überzeugt, genau wie in den 80er Jahren, dass Catrice entführt wurde und heute unter anderem Namen lebt, vielleicht sogar gar nicht weiß, dass sie jemals Catrice hieß. All das würde ihr Vater zumindest akzeptieren, solange er und auch die Familie endlich Gewissheit bekäme, wo sie ist. Der Vater setzt sich wieder weiter sehr für die Suche nach Catrice ein. Er kritisiert aber viel an der Polizeiarbeit, während die Mutter von Catrice wohl sehr zufrieden mit den Ermittlungen gewesen sei. Auch nochmal neue Ermittlungen gab es nach den Grabungen 2018, diesmal 2019, eine Festnahme im englischen Swinton von einem 74 Jahre alten Mann, der damals in demselben Militärstützpunkt wie Richard Lee gedient haben soll. Er habe offenbar nicht einmal gewusst, dass er unter Verdacht steht. Er ist auch in den vier Jahrzehnten erst der zweite Verdächtige, der überhaupt mal festgenommen wurde. Laut Catrilles Vater geriet der 74-Jährige bei einer internen Prüfung des Falls ins Visier der Ermittler. Es wurden Grabungen bei dem Verdächtigen durchgeführt, Sachen beschlagnahmt. Über die Dinge, die dort beschlagnahmt wurden, machte die britische Polizei keine Angaben. Der Mann kam aber kurz nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß. Die Ermittler hätten die ganze Nacht bei dem Verdächtigen gegraben, wäre aber wohl in dem Fall von Catrice was gefunden worden. Wüsste man das, denke ich mal, jetzt zwei Jahre später wohl. Mehr Neuigkeiten gab es, was Verdächtige oder Suchaktionen nach Catrice angeht, leider auch überhaupt nicht. Der Fall ist nun ja auch fast 40 Jahre alt. Catrice wäre heute 42 in wenigen Tagen. Ob dieser Fall sich noch jemals klären wird, leider werden Catrice Eltern ja auch nicht jünger. Man möge ihnen wünschen, dass sie vielleicht noch Aufklärung bekommen und Catrice, wie sie mal sagten, vielleicht von einem kinderlosen Paar entführt wurde und ein glückliches Leben führt. Übrigens hat Boris Johnson vor kurzem zugesagt, mal ein Gespräch unter Eltern mit Catrilles Vater oder auch der Familie führen zu wollen. Allerdings sagt Catrilles Vater, haben ihm das zuvor schon einige andere Premierminister versprochen. Es wurde wohl immer nicht so wirklich eingehalten, was natürlich auch eigentlich sehr, sehr schade ist, wenn man in der Politik steht, dann so einen Fall nicht mal anzunehmen und mit den Eltern mal ein Gespräch zu führen. Ja, soviel erstmal zu den Fakten und Informationen, die ich dazu gefunden habe im Fall von Catrice. Ja, was meint ihr, könnte mit Catrice geschehen sein? Für die Polizei stehen eigentlich drei Szenarien zur Auswahl. Sie ist doch ertrunken, wurde aber nie gefunden. Im Fluss, sie wurde entführt, vielleicht sogar von einem kinderlosen Paar und lebt heute vielleicht noch. Oder aber ein Pädophiler entführte sie und sie lebt dann wahrscheinlich leider heute nicht mehr. Ich persönlich weiß gar nicht genau, was ich denken soll in dem Fall. Die Theorie mit dem Fluss finde ich aber auch ein bisschen abwegig, da sie das mit zwei Jahren nicht unbedingt hinbekommen hätte, weil der Fluss ja nicht vor ihren Augen stand, sondern sie viele, viele Wege dahin hätte erstmal gebraucht. Und hinzu kommt ja auch, dass sie wohl Angst vor Wasser gehabt hatte. Was mir gerade aber noch einfällt, Catrice sollte ja zum Beispiel auch bei einem Paar oder einer Einzelperson weitergelebt haben, wenn wir jetzt der Theorie mal folgen. Catrice hatte aber auch eine Sehschwäche, ein sogenanntes stummes Auge. Dieses hätte wie bei ihrer Schwester eigentlich operiert werden müssen, sagte ihr Vater mal. Damit wäre sie also auch noch aufgefallen, wenn dies nicht passiert wäre. Aber wenn sie irgendwo weiterlebt, stelle ich mir das sowieso sehr schwierig vor. Sollte sie nicht irgendwo festgehalten werden, denn sie bräuchte zur Anmeldung bei der Schule, ich weiß jetzt nicht, wie sie in England ist, wenn sie bis dahin entführt werden sollte oder hier in Deutschland weiterlebt. Hier braucht man ja definitiv Papiere, um ein Kind bei der Schule, beim Kindergarten und sonstige Dinge anzumelden, bei der Krankenkasse. Das ist schon alles sehr, sehr schwierig, denke ich. Ja, und die Theorie eines Pädophilen mit anschließendem Mord ist ja leider oft die richtige. Wenn man jetzt so, ja, solchen vermissten Fällen folgt, wurden Kinder ja leider sehr oft tot aufgefunden. Da habe ich ja auch schon viele, viele Videos drüber gemacht. Ich hoffe das natürlich nicht für die Familie und auch nicht für Catrice. Und die Familie hat den Glauben ja auch nie aufgegeben, dass sie lebt. Aber ich denke da gerade so an den Fall von Georgine Krüger. Da hat die Mutter ja zum Beispiel auch die ganze Zeit gedacht, dass ihr Kind noch lebt und es irgendwie gespürt, sagte sie immer. Aber das war dann ja leider schon am Tattag auch schon nicht mehr so. Ich denke, als Eltern hat man immer noch die Hoffnung, dass das Kind irgendwo lebt und hoffentlich glücklich und es nicht gequält wird. Das würde ich mir natürlich auch für den Fall extrem wünschen. Hatte ich ja jetzt schon, glaube ich, mehrmals gesagt. Ja, aber vielleicht klärt sich dieser Fall ja irgendwann noch. Der ist ja jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr lange her und vielleicht findet man ja irgendwann doch nochmal eine Spur. Und wenn es nur eine Leiche ist, aber dann können die Eltern damit abschließen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir jetzt mal eure Meinung mitteilt, was ihr denkt, was vielleicht mit Catrice passiert sein könnte. Leider hat die Polizei meines Erachtens nach viele Spuren auch viel, viel, viel zu spät erst angegangen. Wichtige Zeugen viel zu spät befragt. Und es gibt es ja in häufigeren Fällen auch, wo es jetzt um vermisste Menschen oder Kinder geht, dass die Polizei schlampig gearbeitet hat. Nicht immer, um Gottes Willen, aber ich habe ja auch schon Fälle gehabt, wo das leider so war. Und ja, es ist so traurig für die Eltern dann. Ja, ihr Lieben, ich freue mich auf eure Meinung in den Kommentaren oder auch bei Instagram zu dem Fall, für die Leute, die mich auf den Podcastportalen hören. Und hoffe, ich habe den Fall möglichst gut zusammengefasst. Alle Infos, die ich so finden konnte, habe ich mir darüber natürlich durchgelesen und habe auch das, wo es mein Kind von Aktenzeichen XY mir angeschaut, wo der Vater ja auch war und gesprochen hat und auch die Ermittler in dem Fall. Ja, ihr dürft natürlich sonst auch gerne noch in die Kommentare schreiben, falls ich vielleicht was vergessen habe zu sagen. Das, ja, lese ich mir natürlich auch gerne durch. Okay, ihr Lieben, das war es jetzt erstmal mit dem Fall von Catrice Lee. Und ich würde sagen, bis dahin, eure Lia.